Okay, ich habe ihn tot. Das hört man alles in der Aufnahme und das ist richtig krassig. Hey ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enderkits. Ja, heute ist das zweite neue Kit dran und das Chamäleon kann durch das Töten von Mobs deren Gestalt annehmen und erhält dabei einen zusätzlichen Resistance-Effekt und startet mit einem Goldschwert. Also das ist richtig cool. Dass man da auch noch einen Resistance-Effekt hat. Und ja. Was nimmst du jetzt? Ähm, Chamäleon. Und du? Chamäleon. Ja, die zwei Chamäleon-Versteckschen. Und das sieht immer dann richtig, also das hilft dir wirklich im Kampf. Und Leute, der Tracker ist auch meiner Meinung nach sehr, sehr stark, weil er kann einfach Chamäleons, Spione, er kann generell alles enttarnen, jedes Kit. Du kannst dein Kit nicht mehr vor ihm verstecken, weil der trackt dich einmal. Da stehen die kompletten Herzen da und es steht auch da, welches Kit du bist. Und deswegen finde ich das richtig, richtig gut. Michi? Ähm, ich nehm grad auf. Willst du mal Hallo in die Kamera sagen? Dann siehst du dich selbst auf YouTube. Schau da rein. Hallo! Okay, jetzt gehen wir da weg. Nein. Du nehmst nicht auf. Doch, ich nehm auf. Deswegen leuchtet es da oben auf. Ich nehm, ähm... 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 Ähm, ähm, Andi, welches gehört ihm? Das Rote? Äh... Äh, äh, äh... Doch, das Rote gehört doch ihm. Oh, ja, ho, ja, ho, ja. Ähm, ja. Ja, äh, aber dann hab ich nur eins. Jeder hat ja drei. Oder meinst? Jeder hat drei, ja. Leute, wundert euch nicht, warum er jetzt nicht Hochdeutsch spricht. Er kommt aus Österreich. Ach so, er hat, er hat das eine da. Wo ist denn der Erdbeer? Ähm, ja, das mit Erdbeer gehört ihm. Also, das... Und ich ver... Und Leute, wir gehen heute ins Kino. Wir schauen uns an, ähm... Was darf ich schon? Michi! The First Avenger. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Film so ist. Geht Michi, bitte. Ja, ist auch egal. Okay. Ähm, er hört dich nicht, Andi. Geht er mit? Ähm, du gehst schon mit, oder? Hauptsache, wir führen hier voll die privaten Gespräche und ich bin mitten in der Aufnahme und das ganze Leben... Nicht? Ich sehe, ich sehe. Michi, versuch wenigstens normal zu reden, okay? Danke. Ich habe ihn gerade mit einem Agro-Blick angeguckt, weil er einfach nicht seine Schnauze halten kann. Verstehst du nicht, dass ich aufnehme? Also, wenn du sagst, redet Hochdeutsch und er redet du auch schon normal. Ja, ich verstehe es nicht. Das ist doch nicht so schwer. Ähm, was könnte ich mir dann jetzt noch craften? Hm, mal gucken, mal gucken, Leute. Ich esse jetzt erst mal Apfel, denn da oben, der hat... Achtung, einer tauert, das wollte ich auch noch... Ich bin nicht dauernd da. Noch eineinhalb Herzen. Ich dachte, er wäre tot, weil es so ein Geräusch gemacht hat. Okay, er ist tot. So. So, ich habe einen getötet und... Und ich bin jetzt wieder ein Scharf. Nein! Nein! Down. Okay, er ist down. Schade. Ich möchte aber ein Schwein sein. Schweine, die sind so cool. Er hört dich nicht. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Warte, ich... Jetzt kommt mein anderer Bruder auch noch. Nein. Gleich können wir hier eine Familienversammlung machen, Alter. Ähm, komm mal bitte zu ihm raus. Ja, warum? Michi, komm einfach zu ihm raus, wenn er es sagt. Darf ich das noch nicht in dem Video? Nein, er schlägt dich nicht. Außerdem, da siehst du, da sehen dann alles 400 Leute, ne? Falls du es noch nicht weißt. Also laber da mal nicht so eine Kacke immer dahin. Komm mit. Ja, wieso ist auch was? Ah! Ähm, die da vorne, glaube ich, weiß, dass ich ein Pferd bin. Seht ihr das? Ich beobachte hier gerade... Seht ihr? Ich beobachte gerade einen Live-Kampf. Dumm, 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 dumm. Und jetzt gehe ich richtig auf dich, Sarah, am sie expert, wo ist sie denn? Ne, du brauchst mich hier gar nicht anzuschießen, ne? Ja, klar. Okay, ich habe ihn tot. Das hört man alles in der Aufnahme und das ist richtig kacke. Das ist richtig, richtig kacke. Ihr versaut mir gerade richtig mein YouTube-Live. Ihr kommt ja einfach rein. Seid ihr jetzt beide in der Facecam? Ja, Leute, das sind meine Brüder. Und das lade ich hoch, ne? Nein. Doch, ich lade die Runde hoch. Nein. Weil das ist ja echt hier eine Verarschung. Ne, da werde ich echt schon wieder aggressiv, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr Brüder habt oder generell. Also ich will es nicht hochladen. Ja, schön für dich. Füße runter. Bitte. Weil alle haben jetzt die Aufnahme zerstört und so. Jetzt kann ich dir sagen, wenn einer die Aufnahme zerstört hat, dann... Michi. Unsinn. Machst du, machst du, komm. Ach, komm doch her, Bitch. Warte. Jetzt habe ich mich wieder ganz kurz getarnt. Jetzt weiß er nicht mehr, wo ich bin. LOL. Das ist ein richtig geiles Kit. Jetzt... Bäh. Du kannst verzaubern. Ne. Ich verfolge den Hohenson jetzt. Da vorne. Die bekämpfen sich jetzt. Und dann mische ich mich ein. Dann habe ich gewonnen. Ja, schnell gehen. So. Schnell. Der eine ist tot. Die ist tot. Okay. Weg. Pass auf. Alter, scheiß Hohenson. Schnell. Ja. Alter. Geil, Leute. Geil. Geile Runde. Geile Runde. Geile Runde. Puh. Ich war jetzt richtig aufgeregt. Und das schon mit dieser scheiß Rüstung hier. Mit dieser scheiß Rüstung. Alter. Ja, das war echt geil. Sorry, Leute. Für die kackverwirrte Runde. Auch wenn hier immer jemand gelabert hat. Hier jemand gelabert hat. In Skype auch noch jemand gelabert hat. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Positive Bewertung, konstruktive Kritik in die Kommentare. Hier war irgendwie gerade ein Daumen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr das tun, was ihr wollt. Und ja, mein Fazit zu dem Kit ist, ich finde es ein richtig cooles Kit. Probiert es selber mal aus. Und ja, macht's gut. Ciao.